Grundsätzliches ändert sich, aber unsere Grundwerte bleiben. Und gleich geblieben ist, dass wir seit 75 Jahren Halt zeigen, Orientierung zeigen und den Zusammenhalt leben. Wenn ich schon Deutsche werde, dann möchte ich aber auch in eine Partei gehen. Ich möchte mich engagieren. Ich möchte mich nicht darüber beschweren, was nicht gut läuft. Ich möchte daran teilhaben, das zu verändern. Und eine Partei, die die Zukunft gestalten will, die muss natürlich immer nicht sagen, früher war es besser. Das ist falsch. Wenn wir mal anfangen zu sagen, oh, war es früher toll, sprich ich jetzt nur dafür, dass man keine Ahnung hat, wie es früher gewesen ist. Für diese Demokratie zu streiten und für unser Modell des Zusammenlebens zu streiten, das macht uns an vielen Stellen aus. Und diesen Prozess wollen wir jetzt beginnen mit dem Grundsatzprogramm. Ohne Hoffnung, ohne Zuversicht kann der Mensch nicht leben. Und ohne Zuversicht, ohne Mut zur Zukunft können Sie Politik nicht gestalten. Sie müssen gerade, wenn die Aufgaben schwierig sind, wenn es leicht ist, kann es jeder. Wenn es schwer ist, muss es die CDU machen.